Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Phasmophobia, in dieser Folge wieder zusammen mit Itsu, äh, Itsu, ja, sorry, und, ähm, und ja, los geht's. Sooo, ach, wer bist du? Okay. Also, Foto von Geist, Bewegungssensor, haben wir dabei, gut, hammer. Wir haben hier ein waschbecken. Gut, gut. Ah, hast du das Kruzifix mitgenommen und das ist meins? Äh, keine Ahnung. Nehm einfach das Kruzifix. Ja, ich hab's. Okay. Ähm, jetzt hab ich aber keine Taschen dabei, ne? Ähm, doch hier liegt eine. Ja, aber ich hab keine, kann ich keine mal aufnehmen. Ich hab jetzt das EEMF-Gerät, ne Videokamera und das Kruzifix. Ähm, dann das Kruzifix erstmal hier. Okay. 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 Also, Kamer, äh, ich mein Fotoapparat, hast du dir? Ja. Ja. Okay. Let's go. Entschliessen. Okay. Ähm. So. Ähm. So. 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 Hast du gemerkt, wie der Geist heißt? Nein. Nein. Warum? Ja. Ja. Blinder ch-chonson. Oh! Ein ZEIT yourself. What? Hast du die rechte Tür bewegt? Ja. Gut. Gut, gut. Das war's für heute. Wo bist du? Ja, ich glaube das ist oben hast du Fotoapparat oder nur Video. Ich hab Video. Shit, weil oben läuft das Wasser, also hat der Geistestreck hier Wasser ausgelöst. Ja, dann ist er definitiv oben. Wollen wir lieber oben gucken? Ja, ähm... Ich will diese Schneiderprobe mal in Reader bauen. Ja, hier. Da, im Fotoapparat. Wo? Ja, wir haben auch Minustemperaturen. Hier, genau. Drei. Aus. Los. Wir haben schon mal Minustemperaturen, traf mal ein. Okay. Gefriertemperaturen. Okay. Ich tippe mal auch auf EMF, weil immer wenn ich drei hatte, hatte ich auch automatisch Ö5 irgendwann. Nimm es nochmal mit. Ich nehme die Geisterbox mit und ähm... 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 Soll ich irgendwas Besonderes mitnehmen? Ne, ne. Ähm... Wollen wir tauschen? Ich nehme ein Video und du nimmst das Foto. Hier bitte. Da. Da. Ich nehme mal. Und du? Guck mal. Fohlegriffieres Wasser. Irgendes Buch. Okay, es liegen schon mal Dinge. Nee, Buch muss man nur noch holen. Verstehst du? Linda Johnson. Hör auf den Namen zu sagen. Einfach random den Namen zu sagen, das ist eine scheiß Idee. Okay, keine Aktivität. Da liegt ein Knochen auf dem Boden. Guck da. Da, guck da. Gehen wir zusammen hoch, ich hab noch Bilder. Direkt über einen. Warte mal, erzähl das, wenn ich das von hier aus mach? Nein. Okay, dann müssen wir hoch. Bewegungssensor haben wir auch schon wieder vergessen. Nice. Was haben wir? Bewegungssensor. Ja. Keine bei? Scheiße. Die erste Box hab ich. Nimm's EMF. Falls EMF 5 kommt. Passt du's an? Hab ich. Da. 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 Und Geisterbox raus. Was? Attack? Ja. Attack, attack, attack. Fuck. Fuck, 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 fuck. Auf jeden Fall war's Geisterbox. Aber was heißen die Knochen? Tut er die spawnen, oder ist da jemand gestorben? Geisterbox. Gefriedtemperaturen, Geiselbox. Hast du? Warte. Geiselbox. Ja, hab ich. Aber da kann es eben F5 nicht sein. Es kann Gespenst, Mara oder Lämonen sein. Gespenst, Mara oder Lämonen. Das bedeutet, alles drei ist noch möglich. Mara wäre Orbs. Gespenst wäre Fingerabdrücke. Den Knochen hat es nicht angenommen. Und was war das letzte? Mara, Lämonen und Gespenst haben wir. Warum hat es den Knochen jetzt nicht angenommen? Okay, Gespenst muss man nachgucken. Gespenst. Fingerabdrücke. Was war Dämonen? Dämonen... War... Geisterbuch, okay. Nehm ich Geisterbuch mit. Oh, wir haben schon wenigen Sensor vergessen. Mach mal rein. Ach so, hast du den dabei. Ich dachte, du hättest allgemein vergessen. Nee, ja. Vergessen zu passieren... Das Bild vom Knochen hat es nicht angenommen. Da steht nicht Knochen drüber. Okay, warte. Okay, warte. Wenn... Mach... Wenn... Dann mach ich gleich, dann gibst du mir die Kamera. Hast du ihn gemacht? Ja. Ja. Wer ist sonst? Gut. Äh... Zwei. Die Tür hat sich bewegt. Welche Tür? Die Tür hier. Welche sonst? Dann... dann geh ich da raus. Ähm... Ich hab grad durchgehend zwei. Warte. Der Knochen hat sich bewegt. Drei. Okay. Mach ein Foto vom... Wir machen Foto vom Knochen nochmal. Was hat's? Was hat's? Drei. Du hast den Knochen beides mal nicht. Werf mir mal die Kamera zu. Warum nicht? Hm? Warum krieg ich den Knochen nicht? Äh... Wo ist der Knochen? Da. Da unten. Pass auf, der kann den bewegen. Gehen wir noch nicht. Okay. Dann... dann lass mal. Hast du Geisterbuch drin? Sensor? Ach, Buch. Verdammt ey. Sensor? Ja. Schreib was ins Buch. Gut. Linda Johnson. Schreib was ins Buch. Der Knochen ist weg. Ich glaub, dass sie damit weggehen. Nee, hab ich aufgenommen. Nee, hab ich aufgenommen. Nee, hab ich aufgenommen. Ach so, den kann man aufnehmen? Okay. Okay. Der Bewegungssensor ist platziert. Ich weiß nicht, ob die Position so gut war. Ich glaub nicht. Der geht eher Richtung Badewanne. Ich bin nicht noch mal rein. Ich bin nicht noch mal rein. Ich bin nicht noch mal rein. Da weiß ich. Ach, okay. Da hab ich deine Kamera gut. Guck noch mal Richtung Tür. Noch mal Richtung Tür gucken. Okay. Ich dachte, da stand der Geist gut. Weil ich da irgendwas durch deine Kamera gesehen hab. Das war aber falsch. Uff ey. Okay. Ich glaub, der Geist ist wirklich nur oben im Raum. Kannst du die mal hinter die Tür verlegen? So in die Mitte des Raumes, an die Wand, in die Box. Kommst du mit? Ja, dann bewege ich halt eben den Bewegungssensor. Da bist du die Bekleidperson. Ja. Du hast das EMF. Ich rette dich. Ja, hab ich. Ich rette dich, wenn du wieder stirbst. Und dann geht's wieder zu spiel durch. Okay. Nein, alles kaputt. Äh, ich hab zwei Kameras. Willst du deine wieder? Willst du deine wieder? Ja, wenn eine. Äh, ja. Dein letztes Foto versau's nicht. Ich hab noch eins. Oh Gott. Ja, du hast noch eins. Sag mal, bitte hör auf damit. War das nicht? Boah, ich dachte grad, der Schatten wär was. Okay, dann so. Hat er was ins Buch geschrieben? Läuft mal aufs Buch? Oh ja. Ja, hat. Gut, das ist die Kamera. Hast du ein Buch dabei? Ja, hab's mich genommen. Ja, hab's mich genommen. Box, Buch. Was ist es, wenn wir Buch eintragen? Buch. Ist das ein Dämon? Äh, boah. Wir haben Geisterbox, gell? Mhm. Ja. Kann nur ein Dämon sein. Äh, dann. Oh Gott, wollen wir das mit einem Geistfoto wirklich machen? Ich mein Dämon, Geistfoto. Seriously. Wollen wir das Zeug wieder einpacken? Was oben liegt? Ja. Ähm, warte mal, was hat der hingeschrieben? Geh. Ach, verdammt. Der hat Strich hingeschrieben. Nee, nee, nee. Geh. Ach, verdammt. Lol. Echt? Ähm, leave or die. Leave or die. Fuck. Joa, wir sind jetzt gefickt. Soll ich den mitnehmen hier? Ja, aber er hat vorhin auch schon Attack gesagt. Nee, nee, nein, lass liegen. Warum nicht. Okay, dann, dann gehen wir. Äh. Äh. Nein, nein, nein. Würde ich sagen. Nee, das Zeug muss noch holen. Nimm die, nehmen das Licht mit. Hm. Hm. Nimmst du die Kamera? Ich nehme den Sensor an der Wand. Ich nehme den Sensor an der Wand. Achso, ich meine oben weg. Die Kamera? Die Kamera ist mit dir drin, gell? Ja. Gut. Ähm, wer hat das Licht oben in den Raum angemacht? Ich nicht. Gut. Hast du die Tür dazu gemacht? Oh, boah, da bewegt sich was. Ah ja. Ein Kenner. Nimm die Kamera. Stopp. Raus. 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 Okay. Die Aktivität ging auch wieder hoch, wie ich sehe. Mhm. Ja, gut, dass wir das nicht gemacht haben jetzt. Sonst werden wir definitiv zerrekt. Ja, so wie ich das erst mal gestorben bin. Aber wahrscheinlich diesmal ohne diesen Bug. Ja. Ähm. Okay. Dann Abfahrt. Äh, hast du alles in ein Buch eingetragen? Warte, ich guck. Ich hab äh, Gefrierter Wattow, Geisterbuch und äh, Geisterbox. Genau. Und das, äh, den Geistertück? Ja, und das, äh, den Geistertück? Da hab ich Dämonen. Gut. Los. So, Auflösung, lautet für heute. Perfekt. Perfekt. also dann Leute, ciao und bis zur nächsten Folge von Fass Movo